hey Leute hier bin ich auch schon wieder und ja ich werde es mal Folgen rausbringen die etwas gleich mich sicher sind da ich jetzt immer schon auf die Uhr gucke hier ich jetzt vor mir hab so was hab ich mir jetzt eigentlich vorgenommen nichts was ist mit dem wo was zu meistern sind bei mir so laut hier ist ja ordentlich was drin das gefällt mir ich hab überlegt mir mehr recycler zu machen dann bräuchte ich eigentlich nur redstone engines ging ja ganz easy redstone brauch mal ein ein es ist eine er transport brauche ich auch eine dann ich überlegen was brauch ich noch holz hab ich ist es noch hier habe ich alles weggepackt ähm brauch ich glaube ich 5 ich brauche Sticks ich bin da nie war überhaupt nicht mehr scheiße 1 4 4 und das 3 3 das war jetzt Prozent 1 mehr 9 9 okay hab ich zwei Wutgeser scheiß mal so jetzt wollen wir noch vier Koppel ähm Koppel hier Stück und Glas eins da komm so das war's da kann ich jetzt ich hab nämlich jetzt bei mir auch die Sounds lauter also richtig laut damit ich alles schon höre immer wenn hier was umfügiges passiert was nicht passieren darf wie zum Beispiel euch zu wenig Holz haben eins alter eins eins zu wenig das kann echt nicht passieren mit dieser Redstone Energy Cell kann man auch Strom machen aber ach so ja die geht so scheiße da brauche ich wieder ein Liquid Transpurs und hab keinen Bock den zu machen weil ich weiß auch glaube ich auch gar nicht mit was man den antreiben muss ich weiß es einfach nicht da brauche ich bloß einen Kompressor und so weiter ja das geht alles da brauche ich drei Dirt soweit ich probiere es jetzt mal aus dem Kopf ich weiß es nicht aus dem Kopf kein bisschen Recycler drei Dirt hab ich schon richtig zwei Recycler eingelost okay so und zwei uhr was gibt ich denn jetzt zwei ein Refind Refind halt erstmal brauche ich ohne den Redstone Touch und wo ist es Refind auch hier zwei zehn und noch Elektronik Circuits einen für den Kompressor nämlich genau und sechs Ton also es geht ja alles ganz einfach muss man gar nicht mehr qua mit der heutigen Technik mit der heutigen Technik mit der heutigen Technik geht ja alles wenn ich nur im Request System dann Mission Blocks hab ich habe ja auch mal überlegt ich könnte ja allgemein die ganzen Maschinen gleich ins Request System tun wär ja auch praktisch muss ich nicht immer alles craften wenn ich mal irgendwas machen will da brauche ich bloß noch Cobblestone Transport Pipe und davon haben wir ja noch jede Menge nehm ich einfach mal hier 14 24 okay das wird bestimmt reichen ähm da muss ich ja bloß gucken wo ich die hinpacke Photoshop Omni Ranch hab ich ja dabei so dann wo sind die? hier hinten ja super ähm so ähm hier älter lass mich doch mal gucken hier ist die Transport Pipe die die Items normalerweise bringt ach die können ja gar nichts produzieren ich hab mich schon gewundert wie sie produziert das nichts oder? ich hab die Bullshit Items doch wieder um äh umsortiert oder? ähm malerweise die Bullshit Items gehen zu der 10 oder? ähm weiß gehen nach oben zu 10 ja zu 10 ok die gehen zu 10 ok die gehen zu 10 also hier das dürfte dann demzufolge auch die 10 sein genau genau hier kommt Items genau super da brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr Recycler ah der hier der hier äh inner spuckt hier doch manchmal aus der ne der ne äh da war doch schon mal inner der ausgespuckt hat kann ich mich noch dran erinnern wie viel war dazwischen 2 kann ich hier doch eben hinpacken oder? ich brauch doch nur eins ach ne es muss auch nach unten ach so deswegen ist ja mal was weg äh wo pack ich das sind hin am besten entweder hier hinten dran ja würde gehen so wie es aussieht ich hab gedacht das gibt Probleme hier mit den Pipes da bräuchte ich bloß mal kurz ähm etwas Zeug kommt der nicht auch noch was rein? ja aber wenig äh alter junge ne paar Arsche so da bräuchte ich bloß ein paar Glasfaserkabel davon habe ich nämlich noch welche drei oder eins zwei drei okay so drei stück die kommen dann eins zwei und die drei die kommen weg dann kann ich nicht hier hinsetzen oder? sieht man da hier was? oh ja das ist ja offenes Feld muss ich in das Ding hin? verarsche ja eigentlich komm ich ja mit dem ich seit lang auch zurecht aber ich will mehr ich will ich will ich will ich will ich will wüsste was Strom bekommt er ja hier vorne dieses hässliche Ding ist das ist normal gut vorne ist das Ding kommt hier die Transportpipe daneben dran die Koppel kann ja schon recyceln oh er recycelt dann muss ich bloß hab ich das hier immer gemacht? wie sieht es hier aus? achso davor okay so hier hin das dahin es geht dann eigentlich gleich an dauert es eine Weile das so nämlich ein bisschen bei denen ach scheiße ich hab die Wunden vergessen äh Wunden 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 Waterproof Transport so genau dann äh ja muss man es jetzt ein bisschen umständlich machen ähm ich eigentlich gar nicht machen müsste täh scheiße scheiße genau genau da kommt hier eben noch eine Eisenpipe hin das von hier kommt dann äh äh macht das irgendwie Komplikation keine Ahnung ich weiß es nicht ich weiß 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 nicht also so 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 und dann so 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 gut das geht hier nicht irgendwie dran dann ähm müsste ich eigentlich unten drunter durch geht nicht hä das wird hier ein Problem kann ich einfach so machen geht das hier durch da nicht lang super passt weil dann geht das hier durch da kann es nicht lang dann geht es da lang und dann geht es hier und dann klappt das alles und die items gehen da durch und ja das passt das passt ja schon genau da haben wir das auch geil geil passt ja schon wenn ich jetzt hier mal hochkomme weiß ich nicht kann na super alter dieses Kabelgewirr ehrlich fuck Kabel ey ist nach unten so dann sieht das zwar jetzt bisschen hässlich aus muss ich gleich mal ändern sehr hässlich sogar halt erst muss ach so ja das ist ja eigentlich woanders lang das kann ich auch mal weg hier sieht hässlich aus ich wollte ja die Raffinerie irgendwann mal umbauen mal schöner aussieht aber naja so geht es auch muss ich mir bloß hier mal merken naja naja was habe ich denn hier zusammen gebastelt tolles ein Kabelgewirre hier gut dann äh ist das ja auch alles zu aus den Händen so so alles zu das erkennt man ja eigentlich immer noch kaum mein Dach sollte ich auch irgendwann mal machen aber irgendwie grad keine Lust so dann haben wir das wieder alles ins ins Request System versinken versinken lassen und übrigens ich habe ein bisschen ähm Wobber geholt also aus dem ganzen Wobber was Wobber was wir hatten hatte ich offscreen das einfach mal gemacht dass ähm inscreen sozusagen mit Aufnahme total sinnlos irgendwie und langweilig wär dann hatte ich erst noch mein Lapppack aufgeladen da das was leer war und hier hatte ich Elektroized Water Cells reingetan das hatte ich aber glaube am Ende der Aufnahme schon gemacht die sind jetzt eben fertig ja die tue ich mal eben kurz weg weil wir haben sie ja das ist große Hilfe so können sich irgendwie besser fortbewegen ähm Entschuldigung ich musste gerade eben husten da kann ich nichts machen hust hust äh wie lustig vier Dinger sind das doch ja vier das hier sollte ich auch irgendwann mal weg naja wurde eben nie gemacht wurde eben nie gemacht hui oh scheiß genau da würde ich noch eine Sache machen und zwar ist sie ziemlich wichtig da brauche ich nur Kommis zum Waterproof Pipes ähm kompile oh boah aah aah sieben Stück ich glaube das reicht nicht aber scheißegal düdüt scheißegal okay hier wird irgendwie immer weniger und cool hm ich glaube wir müssen hier mal ein Versuschen machen ja ehrlich das höre ich nämlich es und oh mein Wecker klingelt gerade die ich mir schon gemacht habe äh ich muss nur überlegen wie mache ich das hier am besten das allererstes müsste ich ja das macht eigentlich keine Komplikation wenn ich das hier einfach nach oben ziehe ich mal so ganz lieb bin ich dann mal so von hinten ähm und dann so da brauche ich bloß noch mehr und als allererstes beendet die Folge und wir sehen uns in einer weiteren Aufnahme wieder Tschüss